Oh mein Gott, die werden immer besser. 25 Kilogramm Haarflocken für den Tag 36. Wir machen heute diese Prachtlinge. Wir brauchen zuerst eine Zucchini, dann eine Schüssel, Handtuch rein, Zucchini hobeln. Jetzt wird die Zucchini ausgedrückt. Danach schneiden wir wieder eine Zwiebel, geben in die Schüssel unsere Zucchini, Haferflocken, aufzuneigtes Tortoproteinsahne oder einfach mehr Haferflocken. Ein Gewürzennachwahl, Salz und Pfeffer, Chubbylicious, White Cheddar, ein Ei, unsere Zwiebel und Käse. So geil! Und das verrühren wir jetzt erstmal. Das darf auch gerne Hand angelegt werden. Anschließend werden unsere kleinen Prachtlinge noch geformt. Flögen in wir fahren heute sehen. No, da ist es gut, ma ist es gut. So geil! Koppel sich die Zwei oder andere zu entdecken aus. Wenn wir hier einen Zwiebel und ein Zwiebel spürt, Und das zwiebel wird auf heben. Es geht um, da muss ich zwei Zwiebel, ich mache auch ein Zwiebel spürt. ich habe es einige Zwiebel und Koppel von Zwiebel,